So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine neue Folge Pokémon GO. Ich möchte heute ganz viel in diesem Video machen, ich möchte die Forschung abholen, ich möchte euch das Ticket zeigen, ich möchte ein bisschen Gameplay, ich möchte Ultrabestien fangen, denn es hat sich so vieles angestaut. Es gab ja das Event Vereiner Triumph, das müsste immer noch momentan stattfinden. Im Hauptaugenmerk lag er auf diesen drei Pokémon, die ihr hier seht, Elekid, Labras und dieses Bonita, was sich da versteckt, die alle ein Kostüm tragen. Labras ist ja nicht entwickelbar, die anderen zwei konnten sich entwickeln, Bonita einmal, Elekid gleich zweimal, das war also das Seltenste. Die konnten ja damals schon shiny sein, man hatte nur einmal die Möglichkeit darauf, jetzt im Event konnte man die nochmal kriegen, wenn man diese globalen Challenges gemacht hat, da eine kleine Forschung freigeschalten hat, alle Spieler mussten zusammenarbeiten, unabhängig von ihrer Teamfarbe. Dann gab es noch ein Ticket zusätzlich, ich kaufe mir keine Tickets, ich gebe kein Geld mehr aus für das Spiel, aber Sarina, also Blood & Fears, hat mir dieses Ticket geschenkt. Für die, die das Ticket nicht haben, möchte ich jetzt auch mal die Aufgaben zeigen, die in diesem Ticket drin waren und die Belohnungen, ich habe nämlich absolut noch nichts abgeholt. Ich habe so viel jetzt zum Abholen da, was ich machen möchte. Das Ticket war nicht günstig, das hat glaube ich 6 Euro oder so gekostet, stand auch da, dass man also nochmal Begegnungen mit diesen 3 Pokémon hat und die Aufgaben waren, befristete Premium-Forschung, Verein der Triumph, verwende 10 Power-Ups bei Pokémon, besiege 3 Mitglieder von Team Go Rocket, erkunde 3 Kilometer, brüte ein Ei aus, brüte 3 Eier aus, drehe 20 Stops oder Arenen, schließe 5 Feldforschungsaufgaben ab und schließe 10 Feldforschungsaufgaben ab. Die anderen Aufgaben in der globalen Challenge waren ja auch so, dass ihr Rockets besiegen musstet, Eier brüten musstet und Feldforschungen machen musstet, was mich besonders gefreut hat, dass bei dieser Premium-Forschung wieder 2 grüne Pässe drin sind. Und Pässe sind für mich das Wertvollste jetzt im Spiel, die zu sammeln, die immer mal, wenn eine gute Box im Shop ist, zu holen, wenn wieder Go-Fest ist oder wenn wieder eine Tour ist im Februar, dass ich da mal eine Raid-Tour machen kann, wenn man mal woanders spielt als nur zu Hause. Ansonsten mache ich ja nur meinen täglichen Pass, aber da wird dann mal richtig Action gemacht. So, jetzt sind wir hier im Spiel drin. Gehen mal hier rüber und schauen mal. Wir sind ja fertig mit allen Sachen, deswegen sind noch einige Boni aktiv. Das lassen wir erstmal kurz weg. Wir gehen mal kurz hier runter und schauen mal. Wagemut hat seine globale Challenge geschafft. Dadurch gab es dann diese Forschung. Da musste man, glaube ich, auch nochmal ein paar Rockets besiegen. und kann jetzt hier Tränke abholen, Beleber abholen und hat eine Begegnung mit, was ist es? Müsste ja jetzt das Bonita sein. Genau, Bonita hier drin. Leider nicht shiny. Komm her. Wir töten es jetzt alles mal so ein mit dem Schnellfang-Trick und bewähren es dann danach in Ruhe, damit wir noch gar nicht sehen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Dann haben wir hier Intuition. Da musste man dann die Eier brüten, denke ich mal. Hier gab es dann Bären, Bären, Staub, EP und eine Begegnung müsste jetzt also mit Elekid sein. Das ist hier genau 517. Schnell Eintüten, wo ich wieder hinwerfe, zur nächsten. Also das sind ja Sachen, die hat ja jeder. Da musste ich auch gucken, wann ich das Video aufnehme, denn ich wollte extra warten, bis ich nicht nur die Ticketforschung abholen kann und nicht nur diese Ultrabästien Entschädigung abholen kann, sondern eben auch diese drei Forschungen von dem Vereinten Triumph. Die muss man nämlich in einem Tag elf Stunden abgeholt haben, sonst ist das ja alles weg und dann habe ich das wieder mal verschlampt. Hier musste man also Feldforschungen machen. Da gab es auch wieder Bären, 5000 Staub, 10.000 EP und hier müsste jetzt das Labras drin sein mit Schleife. Das ist jetzt besonders schwierig zu fangen, weil das ja so groß und fett ist, aber es scheint funktioniert zu haben. So, jetzt haben wir noch eine Entschädigung. Es war ja so, dass beim Go-Face global, es ist verbuggt war, dass Raids gar keinen Ultra-Bestien-Hintergrund, diese Ultra-Pforte haben konnten und dann haben die euch jetzt was reingeschmissen, dass ihr eine Begegnung bekommt mit den Sachen, die ihr am meisten geradet habt. Bei mir ist hier eine Begegnung jetzt mit Mosquito drin und eine mit Necrozma. Ich habe gesehen, manche haben da Karguron drin gehabt, wenn die da was gemacht haben. Holen wir mal kurz unser Necrozma ab mit garantiertem Hintergrund. Wenn das jetzt ein Hunderter wäre, hätte es einen garantierten Hintergrund. Wäre es ein Shiny, hätte es den garantierten Hintergrund. Ist also immer interessant, was hier drin ist. Bei Raider Mittwoch habe ich schon gesehen, manche haben ein 100%iges Necrozma in dieser einmal Entschädigung drin gehabt und das war fett, das war fett. Ihr seht jetzt hier, ist diese Ultra-Pforte, dieser Hintergrund zu sehen und die kriege ich jetzt auch beim Mosquito. Wenn das jetzt ein Shiny wäre, wäre es richtig... Achso, ja, die Belohnung muss ich noch abholen, also die EP. Ich habe es fast vergessen. Mosquito. Mosquito. Mosquito ist auch eins meiner Lieblings-Pokémon mit... Sieht halt aus wie ein Wrestler, ist stark, ist... Es ist ein Shiny. Es ist ein Shiny-Mosquito mit Hintergrund. Das Shiny sieht halt komisch aus, sieht aus wie Ray Mysterio, da letztens auch so grüne Streifen bei sich gehabt. Also, das ist jetzt Glück. Das ist wirklich Glück. Ich habe kaum Mosquito-Raits gemacht. Ich glaube, nur ein Mosquito-Raid habe ich gemacht, als Fan-Raid von Sabrina Spiel, die mal eingeladen hat, beim Go-Fest. Und das habe ich aus Versehen noch verschickt am Abend und dann gab es ja gar keine Mosquito am zweiten Tag und ich habe auch kein Shiny gehabt. Und jetzt habe ich hier ein Shiny-Mosquito mit Hintergrund mit Ultra-Pforte. Also, das ist cool. Zum Glück gab es wieder mal Bugs. Zum Glück gab es diese Entschädigung. Jetzt habe ich immer noch drin die Aufgaben vom Ticket, die alle gelöst sind. Achso, ich muss die IP noch abholen hier unten. Aber ich habe noch eine Aufgabe drin und zwar muss ich noch Power-Ups machen. Da möchte ich jetzt mal hier rüber auf Metagross. Denn beim Tarnet C-Day habe ich ja gezeigt, ich habe zwei Krypto-Metan gehabt, die ich extra aufgehoben habe bis zum C-Day, um sie am C-Day zu entwickeln, zum Metagross. Dass diese dann die C-Day-Attacke Sternhieb beherrschen. Das ist jetzt hier geschehen. Beide haben Sternhieb, weil ich sie entwickelt habe. Das hat mehr Angriff und dieses möchte ich jetzt hochziehen. Am C-Day ging das noch nicht. Da hatte ich nicht genügend Staub. Mittlerweile habe ich ein bisschen Staub und konnte dieses Metagross jetzt auf Level 50 ziehen. Und das ist auf jeden Fall cool. Metagross, Level 50, Sternhieb in Krypto, da eine 6er-Armee, das ist irgendwann mein Ziel. Jetzt habe ich wieder keinen Staub. Habe aber auch nur noch ein zweites, was ich irgendwann mal ziehen könnte. Ansonsten habe ich keine Krypto-Tarnels und keine Krypto-Metans mehr. Da muss also wieder irgendwann noch was geschehen. So, ihr seht in dem Event mit den Feldforschungsaufgaben, ich bin auf Platz 14. Wie viel hat man denn, wenn man auf Platz 14 ist? Oder was zählt jetzt überhaupt da gerade rein? Auf jeden Fall... Jetzt steht er auf Platz 2. Ich blicke da nicht durch. Heute früh stand da, ich bin Platz 28 oder irgendwas. Ich hatte irgendwas um die so 30 Feldforschungen. Auf Platz 1, die hatten 299 Feldforschungen. Das war also nicht viel. Also die Anzeige hier scheint irgendwie, weiß ich nicht, verpackt zu sein. Was zeigt das jetzt an? Eigentlich ist doch alles fertig. Wir haben auf jeden Fall einen Rocket-Radar drin. Wir haben hier eine Brutmaschine, normal eine Super-Brutmaschine. Wir haben hier einen Rauch. Wir haben hier ein Log-Modul. Und jetzt haben wir hier nochmal Begegnungen mit diesen drei Pokémon angefangen mit, hoffentlich. Bonita? Ja, aber wieder nicht Shiny. So, kein Shiny Bonita. Wie sieht es aus? Mit Elekit. Kein Shiny Elekit. Man erkennt halt absolut nicht, dass das diese Bandage am Arm hat. Wenn da Gutes dabei wäre, würde ich es vielleicht sogar entwickeln. Und Labras? Kein Shiny Labras. Ich muss euch sagen, beim Labras finde ich die Schleife am Kopf sowieso hässlich. Das sieht halt... Na ja, also, als würde das da nicht hingehören. Als würde das irgendwie ein Fehler sein. Ein Grafikfehler. Sieht irgendwie so pixelig aus. Das gefällt mir jetzt nicht so. Da finde ich das Hals-Doo von Bonita. Sieht schon chilliger aus. Und, ja gut, die Armbinde vom Elekit sieht auch doof aus. Also eigentlich hätte man das alles schöner machen können. Jetzt haben wir hier nochmal 5000 Staub. Zwei Premium-Kampfpässe und nochmal 10.000 Erfahrungspunkte. Glückseye habe ich jetzt nicht an. Jetzt ist hier alles fertig. Hier kann ich noch irgendwas abholen. Hier ist noch ein Feuerriegel drin. Das machen wir auch noch, damit wir einfach ein bisschen Gameplay haben. Wieso kann ich jetzt nicht mehr fliehen? Was ist denn hier mit dem Schnellfang-Trick passiert? Mein Fluchtsymbol ist nicht mehr da. Ich muss noch alles bewerten. Ich muss noch alles bewerten, was ich jetzt gefangen habe. Bei der NINEL-Forschung bin ich auch irgendwo bei Tag 16 von 21. Das dauert auch noch ewig. Aber jetzt gehen wir mal hier rein. Gucken mal, was haben wir zuletzt gemacht. Wir haben angefangen mit diesem Bonita. Wir bewerten das mal. Das hat ja jetzt auch den Team Rot-Hintergrund. Also das sieht cool aus. Das muss man jetzt auch mal aufheben. Dann haben wir hier... Das ist ja stark. Das ist ja richtig brutal. Also die Hintergründe sehen auf jeden Fall mega stark aus. Da muss ich mir auch was ranmachen. Alter Schweizer. Das sieht auch gut aus. 15, 12, 15. Was ist das? Oh, das ist ein 98er-Moskito. Mit Hintergrund als Shiny. Das sind ja richtig gute IV dabei diesmal. Hier 96er-Ponita. Aber das hat keinen Hintergrund. Nur die aus den blöden Herausforderungen haben einen Hintergrund. Die aus dem Ticket haben keinen Hintergrund. Das ist aber schade. Die hätten ruhig noch... Auch in dem Ticket den Hintergrund haben können. Aber... Das freut mich jetzt. Dass das so ein gutes ist. Wenn das jetzt noch 100er gewesen wäre, dann wäre es ja richtig brutal. Aber das absolute Highlight ist... ...ist dieses Elekit mit Armbinde in 100%. Was macht man jetzt damit? Entwickelt man das? Damit es eben das Elevoltech ist. Mit in 100% und mit Hintergrund. Weil ich das übelst feier. Oder verdeckt es dann den Hintergrund, sodass man das gar nicht mehr sieht? Ich weiß es nicht. Eigentlich möchte man den Hintergrund so haben und so behalten, oder? Aber eigentlich Elekit nutze ich so ja nicht. Ich müsste Elevoltech machen. Und den dann mal hochziehen. Das wäre ein Ziel auf Dauer. Aber ich kann es ja momentan eh nicht hochziehen. Ich könnte es gerade so entwickeln. Ich könnte es nicht mal pushen. Also das ist was, was ich pushen würde. Ein Stück. Wie weit geht das? Ja, wir haben noch nicht mal genügend Bonbons, um es auf Level 40 zu pushen. Da haben wir wenig Bonbons. Also entwickeln und ein Stück hochziehen bringt es auch nichts. Ich würde es jetzt erstmal so lassen. Ich würde es jetzt erstmal so lassen. Als 100%iges mit diesem Hintergrund. Ich muss es nochmal zeigen. Das ist saugenial, saustark. Danke, Sarina, dafür. Wie nennt man das dann? Sarina-Kit. So, das ist das Sarina-Kit. Mega genial. Das war es von meiner Seite aus. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr eure Entschädigungs-Ultra-Bestien abgeholt? War da was Gutes drin? Habt ihr das Ticket gekauft und hattet ihr die Forschung? War da was Gutes drin? Und wie sieht es bei euren drei globalen Challenges aus? Habt ihr da mit dem Hintergrund was Gutes rausbekommen? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Und danke, Sarina, für das Ticket. Für die zwei Päse. Und über das Elekit freue ich mich immens. Du kannst jetzt entscheiden, was damit ist. Soll ich es entwickeln oder soll ich es so lassen? Eigentlich bräuchte ich Krypto-Elevoltek als 6er-Armee. Das müsste eigentlich so bleiben. Das Baby, 100% mit Hintergrund. Ich habe halt wirklich Schiss, dass man den Hintergrund dann nicht mehr sieht, wenn das Große und Fett davor ist. Aber egal. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.